Musik Freunde, hallihallo, Melen hier von Back to Warcraft. Nachdem ich gerade ein bisschen Anschiss von unserem guten Neo bekommen habe, dass das Video nicht professionell genug war. Sekunde. So, machen wir es jetzt halt nochmal. Also, kleines Announcement für Donnerstagabend, 19 Uhr, Back to Warcraft, Top 100 Replays aller Zeiten. Und zwar mit folgenden Games, die Plätze 28 bis 26. Und wir haben als erstes Game Ted gegen Remind. Ein richtiges Knaller-Game. Ähm, manche wollen sich vielleicht dran erinnern, ähm, das ist das Game, ja, in dem Take damals ausgerastet ist, ähm, von wegen, ja, das Messer ist zu scharf und so, ja. Also, wenn ihr das nochmal sehen wollt, kommentiert von Leuten, die auch Ahnung haben von Warcraft, ja. Dann müsst ihr unbedingt einschalten. Ähm, das nächste Game ist, äh, Lucifer gegen Deadman. Deadman mittlerweile leider verstorben, aber wir werden auf jeden Fall sicherstellen, dass der Junge nochmal gebührend gefeiert wird. Und das letzte Game ist Sweet gegen SASE. Ähm, zu Zeiten, als SASE aktuell noch Bock hatte auf Warcraft. Ja, also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, schaltet am Donnerstagabend ein. Kommentieren werden das Ganze übrigens Neo und meine Wenigkeit, ja. Leute, die halt Ahnung von Warcraft haben. Also, wenn ihr das sehen wollt, schaltet unbedingt ein. Ähm, Donnerstagabend und wir sehen uns dann. Tschüss. Ähm, Donnerstagabend und wir sehen uns dann.